Das ist unsere Estella. Die Estella ist zehn Jahre alt. Sie hat davon acht in Spanien in einem Tierheim gesessen und auf eine Familie gewartet. Es hat sich aber leider nie eine gefunden. Und so wollten wir ihr die Chance geben, vielleicht in Deutschland eine Familie zu finden. Sie ist einfach nur ein Traumhund. Sie ist verträglich mit allem und jedem. Sie hat absolut kein Problem mit Hunden, jedem Geschlechts, jedem Alter. Sie findet Menschen. Jeden Alter ist toll, ob es Kinder oder Senioren sind. Sie ist katzenverträglich, eine ruhige, angenehme Hündin, die auch mit wenig zufrieden ist. Ein paar Spaziergänge und weiches Körbchen, gutes Futter würde Estella glücklich machen. Und wir würden uns freuen, wenn sie endlich einen eigenen Sofaplatz bekommen würde. Estella zieht geimpft, geschippt, kastriert in ihr neues Zuhause, ist auf alle Mittelmeerkrankheiten negativ getestet und wartet nur noch darauf, ihr Köfferchen packen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017